Gunnar Paasch mit seinem 20-jährigen Bühnenjubiläum 1998 das erste Mal gestartet. Ich weiß auch, bei welcher Meisterschaft. Es gibt Leute, die fangen spät an, aber die können auch einfach nicht aufhören. Ich glaube, du gehörst dazu. Ich habe halt immer noch Spaß dran. Ich hatte eine schwere Krankheit. Und dann habe ich gesagt, dann werde ich ein kleines bisschen trotzen und ich komme nochmal wieder. Ich möchte jetzt in Kürze nochmal die Europameisterschaft bestreiten. Und wenn ich gesund bleibe, möchte ich dann nächstes Jahr nochmal die Weltmeisterschaft anstreben. Und dann möchte ich meine Laufbahn beenden. Ich glaube, dann reicht es. Das alte Gammelfleisch geht dann in den Ruhestand. Ist es schwerer mit der Zeit? Nein, das ist Kopfsache. Also wie gesagt, jede Diät ist anders. Es hat mit dem Alter überhaupt nichts zu tun. Es hat was mit Disziplin. Natürlich, wie gesagt, aber wenn man das will, ist es okay. Wie lange hast du jetzt Vorbereitungen? Seit 1. Januar. Und jetzt dann Europameisterschaft und dann erst nächstes Frühjahr wieder? Nein, im Herbst. Im Herbst möchte ich dann eventuellerweise, wenn ich gesund bleibe, nochmal starten. Und wie gesagt, es kommt halt auf die Gesundheit an und das ist immer so eine Sache. Aber ich habe es vor, aber mal gucken, wie es ist. Dankeschön.